Es hat mich sehr gefreut, von diesem sehr langen, traditionellen Jubiläum gehört zu haben. Und ich habe mich über die Einladung sehr gefreut. Insofern wünsche ich Herrn Reimann insbesondere und auch seiner Familie, dass sich das Unternehmen noch lange auf dieser Basis hält, weiterentwickelt und vor allem Familienunternehmen, inhabergeführtes Unternehmen bleibt. Herzlichen Glückwunsch und machen Sie so weiter. Vielen Dank.